Die kalte Jahreszeit ist ja auch dafür bekannt, dass die Menschen leichter und auch öfter Erkältungen, Fieber oder auch Grippe bekommen. Was sind denn überhaupt Krankheiten und wie treten sie denn überhaupt auf? Ich für meinen Teil praktiziere ja schon seit sieben Jahren die Rohkost, genauer gesagt die Rohkostreinigungsanwendung, wo halt dann auch solche Sachen, die bei Arnold-Eritz schleimfreie Heilkost auch beschrieben werden, mit angewendet werden. Nach Arnold-Eritz sind Krankheiten regionale Verstopfungen durch Schleim im Körper. Und dieser Schleim wird ja durch viele verschiedene Sachen verursacht, zum Beispiel der übermäßige Konsum an Kochkost oder wenn man auch zum Beispiel zu viel isst. Der Körper möchte sich von diesem Schleim entledigen und es kommt dann hier zu dieser Heilkrise, weil bei uns in der Gesellschaft sagt Krankheit. Im Sommer ist es so, dass die Sonne scheint und es auch warm ist und dadurch die Haut die Sonnenenergie aufnimmt und auch durch die Wärme die Poren geöffnet werden und die Entgiftung dadurch viel reibungsloser abläuft. Das heißt, wenn es halt dann Richtung Winter geht, also so Herbst-Winter, wo dann die Grippesaison beginnt, dann ist es halt kühler, die Leute ziehen sich auch an und die Haut kann auch weniger atmen. Die Poren ziehen sich zusammen, das heißt, der Schleim und die Entgiftung verläuft dann über andere Kanäle, zum Beispiel über die Bronchien oder auch über die Nase. Außerdem ist es so, dass die Leute im Sommer aufgrund der Hitze eher dazu geneigt sind, weniger zu essen und dann auch wasserhaltiger und erfrischender. Und im Winter kommt dann das deftige Herzhafte, um sich auch zum Beispiel zu wärmen. Und dann greifen ja auch sehr viele Leute auf stark schleimbildende Lebensmittel zurück, beispielsweise tierische Produkte. Kurz diese Grundlagen angeschnitten, wenn sich langsam eine Erkältung anbahnt, dann kann Fasten wahre Wunder bewirken. Entweder in Form von einem Saftfasten oder auch einem Intervallfasten. Wenn du etwas fortgeschrittener bist und auch schon Erfahrungen gemacht hattest, dann kannst du dich auch an einem Saftfasten rantasten. Da ist es halt dann so, ich würde dann so einen Kurzzeitfasten machen, ein bis zwei, drei Tage und gucken, wie es dir halt danach geht. Du kannst auch längerfristig zum Beispiel Saftfasten machen. Dann trinkst du dann halt hier frisch gepresste grüne Säfte, zum Beispiel mit einem Slowjuicer. Und presst dir dann frische Gemüsesäfte, zum Beispiel Selleriesaft, Karottensaft, Rotebeete-Saft, Grünkohlsaft. Dann kannst du auch hier so spezielle Sachen mit reinschneiden, Ingwer, Apfel, was dir halt alles so einfällt. Der Vorteil von Fasten ist, dass der Körper mal Zeit hat, den Müll rauszutransportieren. Also die Zellen machen hier eine Autophagie und bringen halt dann hier den Schleim aus dem Körper hinaus. Wenn dir Saft- oder Wasserfasten zu viel ist, dann würde ich mal in Erwägung ziehen, mal das Intervallfasten bei dir im Leben zu integrieren. Das heißt, dass du dann hier zum Beispiel am Tag 16 Stunden fastest und an einem Zeitfenster von 8 Stunden dann auch etwas zu dir nimmst. Das ist das klassische 16 zu 8, welches du auch mal ausprobieren solltest und guckst, wie dein Körper auch damit umgeht. Das kann auch hier wahre Wunder bewirken und du wirst auch in kurzer Zeit schon merken, wie positive Veränderungen auf deinen Körper einwirken. Trinkst du zu wenig? Ist es dir überhaupt bewusst und hast du es vielleicht auch mal nachgeprüft? In der Tendenz trinken Menschen viel zu wenig oder greifen dann auch ungesunde Süßungsgetränke oder Softdrinks zurück. Und das ist dann so, du kannst bei dir in den Alltag etablieren, dass du mehr Wasser trinkst und nimmst zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, nachdem halt dein Körper sehr viel geschwitzt hat im Schlaf, dass du dann dich hier sofort wieder hydrierst, 0,5 bis 1 Liter Wasser zu dir nimmst. Du kannst auch hier zum Beispiel eine Zitrone mit reinschneiden oder auch eine Gurkenscheibe, damit wenn dir das Wasser nicht ganz so schmeckt, du halt hier vielleicht ein bisschen Geschmack mit reinbekommst. Das beste Wasser ist mineralstoffarmes Wasser. Ich zum Beispiel bereite mir mein Wasser über einen Dampfdestillierer auf, wo dann wirklich die ganzen Schadstoffe und auch die Mineralstoffe im Behälter zurückbleiben. Mit diesem Wasser kann der Körper auch sehr gut arbeiten, muss hier keine Umwandlungen großartig machen, also weniger Energie aufwenden und kann auch hier die ganzen Schlacken und Giftstoffe aus dem Körper ausschwemmen. Das Buch von Dr. Norman Walker, wie Wasser unsere Gesundheit zerstören kann, kann ich auch nur empfehlen, das nicht mal durchzulesen. Da wird diese Thematik noch viel weiter im Detail besprochen. Wenn dir im Winter kalt ist, kannst du natürlich auch dir einen Tee machen oder auch das Wasser lauwarm aufheizen, damit du halt hier so eine kleine Wärmung von innen heraus hast. Im Winter tendieren wir meist dazu, lange Zeit in den trockenen und warm geheizten Räumen zu verbringen. Da passiert es schnell, dass sich diese stickige Luft sehr schnell staut und wir merken es dann auch fast gar nicht, dass halt hier eine schlechte Luftqualität im Raum ist. Aber es ist halt sehr wichtig, den Körper immer mit frischer Luft und Sauerstoff zu versorgen, damit halt hier auch die Ausscheidungs- und Ergiftungsorgane funktionieren können, der ganze Organismus gut funktionieren kann. Auch im Winter ist es sehr wichtig, an der frischen Luft draußen zu sein. Da kannst du auch gleich die Sonne tanken, wenn da mal ein kleiner Sonnenstrahl mal rauskommt. Und wenn du jetzt sehr viel im Büro arbeitest oder drinnen unterwegs bist, du hast halt hier auch regelmäßig Stoßlüften machst, zieh dich einfach warm an, wenn es dir zu kalt ist und lass dann hier die ganze frische Luft rein. Dann wirst du auch merken, wie viel besser dein Körper auch funktioniert. Am besten ist es hier auch die tiefe Bauchatmung bei dir mit zu integrieren. Das ist eine sehr effiziente Methode, den Körper mit Luft zu versorgen, braucht da weniger Aufwand und versorgt noch viel mehr mit Sauerstoff. Draußen an der frischen Luft kannst du auch Bewegung integrieren, zum Beispiel in Form vom Laufen oder auch Street-Workout. Ist auch sehr wichtig, um halt hier auch den Blutkreislauf einen Stoffwechsel mit anzuregen und durch die Bewegung wird auch die Lymphe angekurbelt. Das ist so eine Art Kläranlage bei unserem Körper. Da wird auch sehr viel Schleiben, Schlacken und Giftstoffe abtransportiert. Von daher immer auch ein bisschen gucken, dass du auch körperlich sehr aktiv bist. Wir haben nun mal ein Bewegungsapparat. Schau, dass du halt auch hier ordentliche Bewegungen in deinen Alltag mit integrieren kannst. Dreiviertelstunde, halbe Stunde, in dem Maßen wirst du ja irgendwie hinbekommen, ordentlich zu bewegen. Kannst auch hier Mannschaftssport machen oder auch wenn du Kinder hast, mit denen Sport treiben, damit du denen auch das näher bringst. Kannst auch hier ins Fitnessstudio gehen, wenn du das unbedingt möchtest. Also die Vielfalt an Möglichkeiten, wie du dich körperlich auslasten kannst, gibt es ja genug. Und wir alle wissen ja, wie wichtig Bewegung für uns Menschen ist. Ein warmes und entspanntes Bad. Wie hört sich das für dich an? Gut. Wer kann denn Nein sagen zu Bädern? Also die Menschen tun meiner Meinung nach viel zu wenig Baden. Es ist mal an der Zeit, dass wir diese alte Kultur und Tradition auch wieder mit etablieren. Am besten in Form von basischen Bädern. Und auch hier, du brauchst hier keine teuren Basenpulver kaufen. Kannst auch hier zum Beispiel Waschsoda oder auch Natron nutzen. Ich tendiere mehr zum Waschsoda, weil es halt von der Menge her erreicht so einen höheren pH-Wert als mit dem Natron. Und sparst dir auch nochmal zusätzlich viel Geld. Mindestens 45 Minuten liege ich im Bad und mache dann hier allgemeine Aufgaben. Also zum Beispiel meine Videos schneiden, E-Mails beantworten, Skripte schreiben, Bücher lesen, mir Videos anschauen oder einfach auch komplett runterkommen. Alles ausmachen, sind das Eindrücke. Einfach mal ruhen lassen und dann auch hier zum Beispiel im Dunkeln einfach in der Badewanne liegen und sein. Falls du jetzt keine Badewanne zur Verfügung hast, dann kannst du vielleicht eine Dusche zweckentfremden oder die etwas mildere Variante, zum Beispiel ein Fußbad. Denke auch immer daran, im Winter genug Grün aufzunehmen, weil das Chlorophyll hilft auch dabei bei der Entgiftung und Ausscheidung von diesem Schlacken und Schleim. Du kannst dir im Haus Problem nur Sprossen anziehen. Auch im Winter findest du Wildkräuter, zum Beispiel Brennnessel, Brombeeren, Vogelmiere, Löwenzahn. Du musst halt immer auf die geeigneten Stellen suchen, wo man halt gut Wildkräuter sammeln kann und an einem Ort nicht zu viel auf einmal beernten. Und wenn du einen eigenen Garten hast, dann kannst du auch hier Grünkohl, Rosenkohl, Felssalat, Portulac anbauen. Oder halt dir das Grünzeug am Wochenmarkt zum Beispiel zu kaufen. Ist dann auch sehr wichtig, auch im Winter einen sehr großen Rohkostanteil auch zu haben. Natürlich kann es anfangs sehr kühlend sein. War bei mir am Anfang auch so, nach drei Jahren hat sich dann das gewendet und jetzt im siebten Jahr mit der Rohkost habe ich gar kein Problem, roh auch durch den Winter zu essen. Dadurch friere ich nicht mehr. Nichtsdestotrotz gibt es ja zum Glück bei der schleimfreien Heilkost auch schleimfreie Sachen, die du kochen kannst. Zum Beispiel gebackenen Kürbis, gebackene Süßkartoffeln, gedünstetes Blattgemüse, was halt auch ein bisschen wärmt für deinen Körper ist und du halt dann nicht ganz so Qualen und Kühlungen im Winter hast. Du kannst dir auch eine Kürbis- oder andere Gemüsesuppe bis zu maximal 40 Grad aufwärmen lassen und die dann verspeisen. Wichtig ist, dass du jetzt nicht überstürzt mit der Rohkost, sonst kann das hier auch einen gegenteiligen Effekt haben, weil das ja auch eine Art Reinigungsmittel ist. Und je stärker du da vorangehst, zum Beispiel von 0 auf 100 100% Rohkost machen, desto stärker wird die Entgiftung sein und dann hat da der Körper zu viel Energie in die Entgiftung reingesteckt und kann den Körper viel zu schlecht wärmen. Dann hast du dann wieder Probleme im Winter und du wirst dann dadurch auch Heilkrisen oder Krankheiten vermehrt bekommen. Von daher hier langsam umsteigen, wie gesagt hohen Rohkostanteil versuchen zu integrieren, wenn nicht dann halt die schleimarmen, gedämpften, gedünsteten, gebackenen Sachen mit integrieren und dann hier einfach gucken, dass du da auch hier optimal durchkommst. Und wenn du halt dann Richtung Rohkost gehst, auch genau wissen, was du auch tust, die ganzen Bücher auch zum Beispiel lesen oder auch meine Videos anschauen. Das ist ja auch der Grund, warum ich diese Videos mache und auch meine Dienstleistung anbiete, damit ich Leute anführe, in Richtung 100% Rohkost zu kommen, ohne dabei die typischen negativen Konsequenzen auch zu haben, die man jetzt zum Beispiel bei Leuten kennt, die halt über Stürze in die Rohkost eingestiegen sind, weil sie halt den ganzen Reinigungsprozess an sich nicht verstehen oder auch einfach unterschlagen, damit sie halt zum Beispiel Produkte besser verkaufen können, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Ich wünsche es keinem durch Naivität und auch Dummheit in das Höllenloch der Rohkost reinzufallen und auch hier sehr starke Konsequenzen im Leben tragen zu müssen. Von daher schau dir auch gerne hier zwei weiteren Videos auf meinem Kanal an. Es geht ja auch alles in Richtung Rohkostreinigungsprozess, sei es Permakultur oder auch Gesundheit. Es sind sehr spannende Videos, kostenlos für dich. Also mach's gut und bleib gesund.